die chaotische klasse ich hab dir den gesehen ja der sah so komisch aus und wie die jungs immer ja wirklich wieso alle denn auf mich weil du der größte bist macht das spaß nicht so toll was ist denn da los oh weia kinder setzt euch jedenfalls sofort hin ich muss gehen mädels tschau tschüss ach man sie war so cool tschüssi nero tschüssi nero oh stormy du machst ja fast anstand kinder tschüss ich muss gehen ich will kein ärger kriegen ich muss auch kein ärger kriegen jungs diese macht ihr nicht weiter ähm hi was läuft bei dir bei mir läuft gar nichts also fangen wir an pst pst stormy stormy ja was ist denn prinz komm rüber lass uns weiterspielen ja sogar gerne ein zwei drei ah oh wieso immer auf mich weil du es vorgeschlagen hast und weil du der größte bist ah jungs wollt ihr etwa abschreiben ähm ich nicht ich muss gehen tschüss Leute äh ich auch wieso macht ihr nicht weiter ah das macht ja so einen schmerz ah 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 prinz guck mal ah 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 äh ups hi jetzt kriegst du aber mal die 1 also fangen wir an wie was ist nein was ist denn 10 mal 10 oh 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 ich weiß es sternchen da 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 das ist 100 richtig super drrrr 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 oh schade die stunde ist vorbei ah ja bis morgen dann tschüss was haben wir jetzt ich guck mal hier nie viel ah jetzt weiß ich Bescheid ach ich weiß im 일이 alles alles just Lasst ihr euch bitte, bitte an euren Platz? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Oh, eine gute? Das setze ich mir schnell hin. Hey, weg da, Jungs. Au, ah, geh weg. Also, fangen wir mit der guten an. Ihr habt jetzt Schulschluss. Und die schlechte ist... Schulschluss, 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 Schulschluss. Wuhu! Schulschluss, Schulschluss, Wuhu! Und die schlechte ist... Ihr mögt doch Sport so gerne, oder? Ja. Die schlechte ist... Ihr habt mit jemand anders Sport. Und morgen ist kein Sport. Was? Ja, ihr habt mit Frau Kuhlmann Sport. Das ist Frau Kuhlmann. Oh, schade. Ist sie denn nett? Ja, sie sogar sehr. Sie mag Kinder auch. Ja. Dafür müsst ihr zwar manchmal rennen, aber es geht. Na ja, das war nur meine Nachricht. Ihr habt ja jetzt Schulschluss und ich hoffe, ihr habt schöne Tage in den nächsten. Und ja, bis dann. Ciao. Boah, Mann, die hat's echt drauf. Aber echt. Ja, war? Die hat's echt drauf. Die ist total nett. Und wie? Hey, Mädels, wartet's. Hey, warte! Attacker! Boom. Wow, Schoko, erschreck mich doch nicht so. Stormy! Was denn? Au! Au! So, das war's auch mit meinem Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es hat noch eine richtig gute Nachricht. Naja, nicht so gut, aber naja. Einmal sie hier. Hab ich gepaintet. Pünktchen am Püppu. Ja. Und die zweite Mitteilung ist, ich hab jetzt den Schleichputzkasten. Ja. Mit so einem Bandagen. Zwei Stück. Den macht man an die Beine ran. Kann ich mal schnell ran tun. So sieht es dann aus. Und so sieht der Putzkasten aus. Find ich ganz cool. Und so, mit so einer Schnalle zum Festmachen. Ja. Da waren noch diese kleinen niedlichen Bürsten drin. So, und dann noch hier so eine. Ist nicht so süß. Dass wir extra noch so kleine Bürsten drin sind. Und voll klein. Aber, naja, das war's jetzt aber wirklich. Na gut, dann sehen wir uns ja in den anderen Teilen. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch mal wieder. Ja. Ja, bis dann. Ciao. Ciao!